Alter, ich bin so angefressen, ey. Da kam gerade ein Typ ohne Scheiß. Der wollte mir meine Atari klauen, ja. Und mein Shirt. Alter, ich hab dem erstmal saures gegeben, ja. Da hat er seine Bitch geholt, die hat mir schönes Face zergratzt. Ich hab die Atari jetzt zurück an ihrem Platz gestandet. Alter, ich bin so angefressen, ey. Der wollte mir das... Alter. Ja, letztens hab ich jedenfalls hier den Controller gekauft. Auf dem Flowmarkt. Hab ich auch diese schicke CD. Alter, und da hatte der einen Wackelkontakt. Jetzt hab ich den erstmal repariert hier mit Panzertape. Repariert übrigens alles. Ey, jetzt geht er wieder. Alter, mein ganzes Fray ist zerkratzt, ey. Hier geht es. Vielen Dank.